Ich habe mir gerade einen Brief durchgelesen. Ich liebe das ja immer. Wie, die Mäuse mögen nicht küssen. Ja, das geht aber gar nicht hier. Ja, böse Mäusis. Keine Küsschen von den Mäuschen. Nein, aber von euch gibt es Küsschen, ne? Naja, wenn ihr wieder wach geworden seid. Also das mit dem Päckchen, das muss schon immer anstrengend sein. So Pakete auspacken, so viele Leckerlis kriegen, ne? Alle erledigte? Ja, war das so aufregend, hm? Ihr werdet auch älter, muss man auch ganz klar sagen, ne? Älter und ruhiger. Und keine Welpen mehr, ne? Bis jetzt eigentlich, wann? Ja, genau weiß ich es ja nun mal nie. Ich denke im Februar 4. Schnauze so um den Dreh auch, ne? Gut. Wird jetzt im April 10 der Gute, ne? Kleine Kalli ist jetzt auch schon zweieinhalb, ne? Miezi-Katzi ist schon elfenhalb. Schnugi anderthalb, ne? Ja, und Paulinchen ist im Dezember ja 14 geworden. Ja, ne? Da ist man nicht mehr ganz so überdreht, ne? Wie als Baby, ne? Da warst du der Knüller. Bist du ab und zu auch noch. Gestern sind wir schön hin und her geflitzt, ne? Mit dem Balli bist du mit geflitzt, ne? Ja, musste ich dir immer abjagen. Hast die Alte ganz schön hin und her geschickt, ne? Aber damit ich ja nicht abnehme, ne? Ein ganzer Berg voller Süßigkeiten. Du lieber Scholli. Da werde ich mich langsam durchmampfen. Ich freue mich so auf die Lachgummis-Joghurt. Ja. Darf man aber auch jetzt nicht zu schnell hintereinander wegmampfen. Dann futtert man sich auch leid. Muss ich mir schön aufteilen, ne? An den futter ich mich nie leid, ha? Ach, gut, die habe ich auch jahrelang nicht gehabt, ne? Bis ich die dann von euch gekriegt habe. Oh, lecker, 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 lecker. Und Schoki wieder, Schoki. Ja, und Soße, Soße. Soße ist cool. Ah, Ernährungsberater werden jetzt natürlich den Kopf schütteln. Ich finde die klasse. Schnell gemacht, zacki, zack, ne? Wenn man so viele Tiere hat, da kann man nicht nur jeden Tag zwei Stunden in der Küche stehen und Soße ziehen. Oh, das ist so süß. Ja, ja, an Stella probiere ich dann die Tabletten dann als erstes mal aus, ne? Super. Sogar mit Dose. Ja. Ne? Ich weiß nur nicht, wie man das dann macht mit dem Gewicht. Sieht man das gleich von Katze zu Hund Gewicht? Hm? Mal alles dann durchlesen, ne? Meine kleine Kratzi-Maus. Hm? Schmust du mit dem Schal? Ja, ne? Ist ja mit dem Kratzen schon besser geworden. Ne? Finde ich. Aber ab und zu hast du noch so Kratzattacken, ne? Das sieht man bei ihr hier auch. Da hat die sich richtig das Fell weggekratzt. Muss nachwachsen, ne? Ja, und hier am Pöchen hatst du ganz doll, ne? Oh ja, kleine Maus. Keine Angst, ich fummel nicht an dir rum. Oh, da kriegst du immer Panik, ne? Die dann einzucremen, das was wund ist. Oh, das ist ein Theater. Die muss man da wirklich, ne? Halsband dann anziehen und gut festhalten, ne? Sonst gehst du titschen, ne? Und versteckst dich unterm Bettchen. Ne? Das ist seit der Kastration, die schiefgegangen ist, ne? Hast du so viel Aua gehabt, ne? Stella und der Tier hat so viel an dir rumgefummelt anschließend, ne? Ja, das magst du nicht mehr, ne? Das magst du nicht mehr. Ja.